ok leute heute sind wir zurück bei bovenmaster leute ich wollte mal wieder spielen weil ihr mögt bovenmaster sehr gerne david mag das auch also ja ich weiß dass david das mag und übrigens heute war was er weil er hat mich angerufen dass das ich mal dass er bovenmaster liebt also mache ich ja auch was ihr wünscht da mache ich das sofort leute sofort ich kann da ich kann euch einfach nicht enttäuschen lassen und ja heute wir sind zurück bei bovenmaster heute werden wir zu legendär gehen oder auf normal normal sollte es schaffen weil in einem video schaffe ich das nicht okay übrigens für mehr bovenmaster wie für mehr wieder auslöst nach rundau und da bin unten kosten so können wir so verpassen zu können und ja leute und in dem spiel ja wo wir natürlich so kämpfen nein wir haben einen charakter und und also also wir haben einen charakter und und wir können einmal werfen der hatte verschiedene dings tabu servisch und was ich meine so denn natürlich nehme ich das kostenlos gut leute ich habe ein bisschen kratzen weil weil es ist ja auch wasser auf meinen händen und übrigens ja der will dass ich schon wieder diese kacke kaufe ja heute was für ein charakter sollen wir nehmen ja das bekommen wir gratis natürlich ich nehme das ok leute dann nehme ich das nein danke haben wir das jetzt hallo kann ich das bitte jetzt kaufen also man muss ja jetzt habe ich das ok jetzt verstehe ich das wieso ich das nicht bekommen habe okay aber ich will ich spiele heute mit diesem typ bei also ich wollte zu legen der normal gehen natürlich schon mit denen hier und ja leute bovenmaster ist so ein cooler spiel muss ich sagen weil das das macht so viel spaß sollte also man kann das ist gut wenn man so oft gehen will wo man möchte ich wollte übrigens heute save the girl hochladen aber leute wir haben schon die ganze level durchgespielt und dann wird das natürlich langweilig sein leute weil wir können jetzt schon die dinge was wir entscheiden müssen und ja leute und gut und er hat nicht getroffen also wir machen 14 leute trifft das ja 14 trifft natürlich sehr schön leute ich bin sehr gut irgendwie in diesem spiel ich weiß nicht wie ok daneben und dann machen wir wieder 15 15 ja genau 15 das war's für dich body das kann ich dir nur sagen okay das war zu 100 prozent für dich und ja heute und übrigens heute heute habe ich das schon in spiel ist bei dass ich wenn die am ersten juni wird die korona virus weg geht daten das weiß ich und dann können wir endlich mal in die schule gehen unsere freunde besuchen auch wenn ich das nicht so dass ich auch das nicht so lang warte aber leute dort lernt also wieso nicht leute wieso sollte man das nicht warten also ja weil die schule ist es so wenn ihr in die schule geht ich warte auf meine freunde ich vermisse die ok maya hat mir schon einmal geschrieben dass er mich für sie mich vermisst also ich vermisse sie auch leider leider muss ich sagen dass diese blöde korona wir uns da kam und in lerntinger treffe ich bestimmt mal ja irgendwann was ziemlich episch wer leute aber leider geht das jetzt nicht okay wie auch immer und 18 trifft ja und leute natürlich kann ich dann auch spät dann um ja um um drei uhr dann dann ein video hochladen immer um nachmittag also da ist ja nicht wunder wenn ich das mache im ersten juni oder mehr ich weiß nicht leute wann die korona virus weg geht aber ich glaube im ersten juni ihr habt und dann kommt schon wieder die sommerferien leute es geht so schnell die zeit vergeht so schnell wegen dem korona virus natürlich leute aber man muss trotzdem lernen leute man darf die lehrerin auf jeden fall nicht enttäuschen lassen dass wir jetzt hier nicht trennen lernen meine ich ja okay dann haben wir diesen typ auch oder habt ihr das überlebt ja das hat er noch überlebt aber er hat mich kein einziges mal getroffen übrigens heute er hat mich kein einziges mal getroffen ja mir reicht mehr ich mache jetzt 24 ja gut leute dann haben wir auch dieses match auch geschafft sehr schön leute in fünf minuten zwei match geschafft doch nicht schlecht wir können noch mal werfen da machen wir 24 leute okay dann trifft das sehr schön leute und dann kommt die musik ja genau also wird wir gewinnen die ganzen tag leute ich weiß nicht wie habe ich gesagt und ja leute dieses spiel ist auch so geil leute weil ich ich liebe übrigens dieses spiel das ist so geil das spiel der welt obwohl es bei der stik mir noch ein zwei prozent mehr mag also so und dann gegen mr koski ok mr koski wirft diese flaggen 40 meter weit entfernt und 20 trifft das also leichter ich habe also in den nächsten folge werde ich auf jeden fall spider stick man wieder hochladen obwohl ja ich werde 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 ich habe irgendwas gefunden was ich nicht gewusst habe also ja dann gehen wir dort rein in der nächsten folge ok also heute jetzt spiel ich bov master weil das habe ich hier ein bisschen länger nicht mehr hochgeladen so dann machen wir 26 trifft ja genau sein kopf ok dann machen wir lieber 25 weil sonst verfehle ich den ganzen tag besser 25 leute 25 genau und leute ich glaube er freut schon wenn die korona wir uns weg geht da weil dann kann ich wieder ein also machen wir das ein bisschen leiser also und leute dann kann ich endlich glaube er freut schon weil wenn ich ein udi wieder hochladen tut mir leid weil da sieht das einfach grausam aus also nicht grausam sondern in den also es sieht schon schön aus mein garten aber leute in den bergen so wie in der donau oder in einen berg oder in den anna berg ja anna berg ist jetzt nicht die schlauste weil es ist kein schnee jetzt ist der sommer leute und jetzt gehen wir ihn auf einem berg leute wenn die korona wir uns weg geht in der zeit nicht okay man darf nicht okay nur obwohl man darf schon aber machen wir das lieber nicht ich will nicht die korona wir uns abbekommen dann kann ich beim videos hochladen ok also besser zu hause bleiben leute gut leute dann der hat diesen sonnenbrille auf ich weiß nicht also stimmt weil es ja sommer ist bam gut leute genau seine haben getroffen sehr schön leute ja der ist diesen popcorn oder was auch immer das sein soll und batsch ok der hat mich getroffen ok jemand manche treffen mich schon manche sind ja schlauer ja das war das war nicht so schlau leute übrigens ich habe das komplett verfehlt oh nein oh mein gott das konnte sehr gefährlich sein leute das war knapp warte mal wie viel sollen wir machen ich glaube ich mache einfach 30 oder probieren wir das mal aus spaß oh mein gott das hat genau getroffen das ist echt witzig oh mein gott boom oh mein gott warte mal oh mein gott das ist viel das ist viel zu weit bro das ist viel zu weit buddy ok machen wir jetzt 31 nein oder oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ok leute dann wurde er zurück geschubst ähm buddy was war das denn obwohl das war nicht schlecht schlecht machen wir mal okay haben wir mal 23 dann haben wir gewonnen was nämlich episch wird ist meine ich ja genau und 25 auf spaß leute trifft das ja gut leute dann hat das getroffen sehr schön okay leute und ja leute ich hoffe mal dass diese blöde corona virus weg geht ich wollte ein udi video jetzt heute auf dem berg machen aber ich kann nicht leider ein bisschen traurig aber leute ich hoffe ich glaube wir schaffen diese julius julius ich habe am frühjahr vor paar jahren habe ich das gespielt da wollte da also da habe ich noch kein youtube videos gemacht obwohl auch kein youtube videos geguckt vor paar jahren habe ich dieses spiel gespielt und leute ich das haben nicht so süchtig gemacht und ja leute und jetzt wollte ich mir eine video machen weil ich bin ein youtuber und dann dachte ich mir so hey wieso mache ich keine jetzt wo master wieder das liebe ich okay leute also ging er dann habe ich julius gespielt dieses typ und leute der war so stark ich habe da früher war ich nicht so gut in dem spiel ich habe den ganzen tag verloren nur und ich habe auch nicht gewusst also da war ich noch anfänger leute vor paar jahren ja leute und danach dann wird wirst du bitte also bitte wir irgendwas 53 meter weit entfernt trifft er mich ja 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 trifft nicht aber es ist nicht es ist nicht so schlimm leute weil wir machen jetzt einfach aus spaß 25 also heute jetzt kann ich wenn wenn ich jetzt ein udi video mal dann kann ich nur drehen oder in den garten aber in der garten also das problem ist weil wenn ich in den garten eins mache ja seht ihr oh nein ich habe verloren ja aber ich gucke ein video also bis gleich leute und wir sind wieder zurück ok ich habe eine werbung geguckt übrigens sollte mich heute sagen wenn wenn ich also das problem ist wenn ich hier eins mache also drin oder im garten in den garten ist das problem es sieht nicht so schön aus wie die berge und da da ist das auf jeden fall besser in der donaufilm habe ich nur ein video gemacht was ziemlich wenig ist und ja leute und übrigens ich wollte auch ein berg also in den donau heute gehen aber leider kann ich nicht okay es geht einfach nicht wegen dem koronavirus und da mache ich bestimmt ein weil ihr habt schon mehr acht likes gegeben ja acht ist nicht so viel leute aber ja ich bin nur ich habe nur zwei monate youtuber also kann ich auch nicht so viel werden also acht likes also das war eigentlich die beste video ever leute also da mache ich noch eins okay mit meiner papa natürlich kann nicht alleine in der donau gehen es ist so weit entfernt okay okay wie auch immer leute dann haben wir den auch verprügelt wegen den werbung natürlich ja 6995 jetzt werden wir 7000 gold haben ja das war klar nächstes level so heute übrigens ich weiß ich weiß nicht ob wir hier jetzt so ein noch ein belohnung kriegen ich weiß nicht sollte gegen shark shark okay 19 19 ja sollte treffen der macht eine menge schaden und ich feiere den typ mega und da dann wenn wir ihn treffen natürlich dann dann das war ehrlich gesagt auch das war ehrlich gesagt aus versehen ich wollte einfach nicht ich ja ich habe auch meine finger sind ausgerutscht leute dafür habe ich dir aus versehen das gemacht und übrigens heute also und das habe dieses typ hatte ich nicht 19 ja gut leute also dieses spiel habe ich schon seit ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich muss mal heute gucken wie seit wie viele monate oder wochen das angefangen habe das was für dich obwohl nein das war es doch doch nicht für dich ok leute dann hat er noch paar leben ich glaube das haben wir gewonnen so 24 trifft das ja 24 sollte treffen sehr schön und ja leute 24 genau ok trifft das bitte ja ok und dann haben wir wieder gewonnen und ja leute ok diese dance sie denzen ok leute und übrigens hier spiel macht so ein spaß next game würde ich mal sagen wir sind bei 14 minuten oh mein gott ok leute masterchef der ist übrigens der ist so witzig manchmal wenn er sich selber trifft so 22 habe ich oh ja das ist so hoch ok da machen wir 20 20 20 wäre perfekt ja 20 ok was wird er tun oh leider nicht okay das wäre witzig gewesen ok 20 genau sein kopf getroffen da machen wir wieder 20 und dann was macht ja was wird er tun wird er mich treffen oh mein gott der hat mich nicht getroffen ok da waren wir wieder 21 ok das war ehrlich gesagt aus Versehen aber trifft auch ok sehr schön und ich habe schon seinen kopf runtergetragen runter geschubst ouch trifft er sich auch selber nein ok das war ehrlich gesagt nicht schlecht von dem gegner butch das war's für dich buddy ja das war's zu 100 prozent für dich also dieser masterchef ist nicht so gut leute so die verfehlen immer ich weiß nicht wieso 20 und das trifft sehr schön ob die leute dann haben wir den auch das war's auch für dich und 16 minuten ok sollen wir noch eins machen nein ok leute dann haben wir noch mal doch nicht geschafft ja ok ok leute das war's für diese folge für mir aber was das so nach 100 augen die unten kosten und so um ich sehe dich also um keine videos verpassen zu können und ich sehe dich in dem nächsten video wieder tschau